Bisschen snipen. Auf chillig in der... im Weinkeller. Oh ja, oh ja, oh ja. Ciao, ciao. Wer angeboxt geflogen kommt, der kriegt auch aufs Maul. Ich hasse Revolver. Liebe Grüße. Was nehm ich jetzt mit? Zack, auch mal ne Waff. Ich bin gerade wirklich so happy, dass ich noch nicht Ranked spiele. Sondern einfach mit euch erstmal das ganze genießen kann hier. Oh, Schützer. Aber es ist wirklich Wahnsinn, was die mit dem Mausgefühl gemacht haben. Das fühlt sich alles so clean an. Ah, nice. Jetzt hab ich da auch rum. Okay, Reiner. Oh, da ist Bully Velocity aber gar nicht da. Das ist aber so im Kopf, hä? Warte, ich hab ne Idee. Den hab ich zu spät gehört. Danke, danke für Stufe 3 im neunten Monat. Ja, danke für den Reset, Mann. Kurz geht raus, Alex. Boah. Da muss ich wieder hin. Ich sage Hot Take. Vorschutz gefühlt sich geiler an als in Caldera Zeiten. Warte. Warte. Oh mein Gott, was? Er hat ja so verkackt. Alles lag. Nächster kommt Prezister. Aber egal. Solange Lodi gleich da ist. Schön. Auch mal Shepa verteilen. Hey, wieder Revolver. Gib mir doch was anständiges zum Schießen. Danke. Oh, Heidmull Plates. Aber er ist ein Feini. Mit Shotgun. Wunderbar. Ram mit Ram. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Diese Prezianzeige, die neue, finde ich. Ich finde sie nice, weil dann kann man auch sehen so, okay, da hinten ist irgendwie ein Gegner. Weiß Bescheid. Und jetzt Angriff. Oh, hier bin ich normalerweise auch immer übel gern gelandet. Weil hier mal am Anfang so Hot Drop war und viel. Sehr viel Action. Ich brauche jetzt meine Snipe. Oh. Schaffe ich das? Oh, ich sehe gar nichts. Ah, unkorrekt. Der Drop des Lowlords ist jetzt der schlechteste auf der ganzen Map, glaube ich. Die Brücke hier kann man, glaube ich, auch zum Einschutz bringen irgendwie. Oh ja. Oh ja. Warte. Warte. Mein Kill. Genau aufgegangen. Ohne Snipe hätte ich das niemals überlebt. Nein. Boom. Nein, die schon wieder Biodi aufnehmen, weil er... Ach man. Ausrufezeichen distanzieren. Du kleine Sau. Wirklich. Oder hat er was anderes gesagt? Also wie kann man denn so toxic sein? Raus. Ist nicht okay und nicht korrekt. Ey, diese Schweine im Voice, ne? Ich hasse es. Wir distanzieren uns von getätigten Aussagen hier im Voice-Chat. Tut mir leid, dass irgendwelche Idioten wieder scheiße labern müssen. So. Jetzt glaube ich fürs Event, ne? Die ganzen Sachen hier aufheben. Aber muss ich sagen, so wie die die Map umgebaut haben, einfach Big W einfach. Also kann ich nicht anders sagen. Dass es mehr zugänglich ist alles. Ah. Ah. Ist glaube ich einfach... Ist auch einfach ein bisschen zu epic. So. Wo geh ich hin? Ich fass es nicht. Nein. Ist Hitscan. Nein, nein, komm. Ist das krank? Habt ihr den Quickscope gesehen? Das ist so unfair. Das ist halt zu weit für One-Shot. Ja. Er kann nichts machen. Nee. Nee. Das ist unkorrekt. Ja. Er kann nichts machen. Nee. 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 Warte kurz. Wer schießt auf mich? Bitte nehmt das nicht mehr aus diesem Game. Es ist ja so OP. Holy Shit. Also wirklich. Es ist ja so geisteskrank schön. Ich will nie wieder was anderes spielen. Ich sag's euch. Also ich... Ich könnte jetzt den ganzen Tag einfach hier Fortune Skip Solos reinballern. Zeigt euch doch mal. Das krass ist, ich wurde auch selber noch nicht so weggeknipst. Also solange jetzt genießen... Ich muss mir meine Drohne holen. Wie das halt noch nicht jeder spielt. Nein. Oh. Wie komme ich denn jetzt nochmal in den Shop? Ich krieg diesen... Ja. Und schon slime sie. Ich krieg den Bug nicht gefixt. Nein. Ja. Geil. Liebe. Ich kann nicht aufhören. Ich will, dass es niemals endet. Nein. Ja komm, wir müssen auch mal normale Kills machen. Mal für ein paar... Sweaty Gun Fights hier. Zack. Und ich seh sie wieder gehen da durch Wände. Ist das geil. Ne, nicht durch Wände. Aber ich seh sie rot. Tut mir leid. Also das ist ja einfach nicht... Oh, schwieriger. Ah, weiß ich nicht. Das ist sehr weit weg, ne? Egal. Nein, 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 nein. Da oben. Ach, du Scheiße. So, Cheese wieder ausmachen. Noch 10 Sekunden. So krank, diese Features. Es spielt sich auch irgendwie... Nein. Noch wer? Nein, du landest nicht da. Steh auf. Aufstehen. Aufstehen. Jetzt bleibt der da liegen. Timing. Was? Jetzt muss ich nachladen. Er hat so ein Glück, guck mal. Dich hole ich mir jetzt. Komm. Muss er hin. Airstrike, bitte lass mich. Ich krieg den Kill. Ist das bodenlos. Irgendwer hat einen Airstrike gewastet und mir den Kill gegönnt. Welcher Frechdags war das? Da ist er. Ah, zu weit. Okay, jetzt auf wohin spielen, komm. Ich fühle mich gerade wie... Wie früher snipen und als in Warsons 2 die One-Shot-Sniper da war. St. Patrick's Day Event. Oh, Action. Ah, der hört mich aber auch. Diese Präzision auch von der Milano hier, ne? Da fehlen nur so ein bisschen die Streaks gerade. Risiko für auf Drohne gehen. Zwei Drohnen eingepackt. Ja, ja, ich bleib, ich bleib schön hier. Nein. Geek. Wo ist er? Hit. Nein, nein, den brauche ich jetzt, komm. Oh, shit. Ja, er hat keine Platten drin. Huh, richtig. Ganz wichtiger... Kill hier. Und jetzt hier über mir im Haus. Wenn ich den hole, habe ich's. Oh, das war... das war knapp. Wenn dann packen wir die ein. Kommt was. Kommt was. Zwei Leute. Ja. Einer kriegt einen One-Shot. Und zwar der. Letzter. Geek-Smiley. Äh... Geekskin, den ich nicht erkenne. Der ist hier irgendwo, oder? Oh, wär das geil. Gas ist in die Mitte. Kann man das? Ist der hier hinter? Oh, der wills, der wills. Ruhig bleiben. Nehm mal mit. Nehm mal mit. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Es ist so geisteskrank. Ich bin so verliebt ins Game gerade, ne? Ich... Also so ne COD Gaming Experience hatte ich gefühlt das letzte Mal... Oh, so ein 1K98. Und Locus. Es ist zurück. Hat der Hacker gesagt. Ist das schön, man. So es ist auch... acherfekt nothing zum..., des Resarken. Ja. Wir denbu Herren. Wirklich. Vielen Dank.